Jetzt versuchen wir noch die letzten Minuten das nochmal zusammenzufassen, was unsere Takeaways von dem recht interessanten Beitrag ist. Ich fange mal an mit dem Rahmen vielleicht drüber, den wir eben so oft erwähnen. Als Leitlinie ist vermutlich ein Hiring Slow, Firing Fast das Wichtigste, weil es darunter in diesem Rahmen viele gute Methoden und Prozesse gibt, die ich halt anwenden kann. Und man kann argumentieren, dass halt dazu gehört, dass man vielleicht mehr diese menschliche Ebene in einem Einstellungsprozess erstmal in den Vordergrund stellt, aber das nur, wenn man gezielt weiß, was man davon möchte. Also quasi nicht auf die Ebene mit, ja, ich möchte einfach nur schauen, ob ich hier neue beste Freunde finden kann in dem Einstellungsprozess, sondern wie reagiert oder wie reflektiert geht die Person durch ihr Privatleben, sage ich jetzt mal grob. Aber wie gesagt, zählt halt nur dann etwas, wenn ich meine Learnings daraus selber ziehen kann, was die Person mir sagt oder wie sie reagiert auf etwas. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Teil, dass das eine Methode ist dazu. Das ist, glaube ich.